Musik Moin moin und herzlich willkommen liebe Leute. Ich bin die Zementende und ich begrüße euch ganz recht herzlich zurück bei Darkseiders. Und ich weiß wirklich nicht mehr, wie ich in dem nächsten Teil dieses Spiels das nochmal neu machen soll. Da sage ich das dann am Ende mit My Little Pony Voice oder sowas. Keine Ahnung. Wir haben in der letzten Folge ein paar Leute auf uns aufmerksam gemacht, die ein kleines Problem darstellen. Vor allen Dingen, weil wir nicht so richtig dahin kommen, wo sie sind. Vielleicht ignorieren wir sie auf diesem schmalen Gang mal einfach. Ach, das hat doch damit gemacht. Wir haben den in der letzten Folge ein bisschen beschossen und dann ist er abgehauen. Alles klar. So, jetzt müssen wir... Ich glaube hier erstmal irgendwie hoch. Und dann beruf. Denn hier erwartet noch irgendwo ein Artefakt auf uns. Das wir natürlich haben wollen. Oh, guck mal. Da sind auch ganz viele von diesen Kletterdingern, die wir vorher noch nicht benutzen konnten. Hepp, 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 hepp erstmal Artefakt. Ah ja, das ist ein kleines. Das macht nichts. Davon fehlen uns noch zwei. Also jetzt noch eins. Äh, jetzt müssen wir wieder ins... Menü. Jetzt Menü. Wo kommen wir denn hin, wenn wir die benutzen? Können wir die? Dann kommen wir hier hin. Was gibt's hier? Wir sind immer noch auf der spezifischer... Wenn wir spezifisch fragen würden, sind wir immer noch auf der Suche nach einem Bombengewächs. Nach Möglichkeit ein inaktives. Denn nur damit kommen wir an diesen... Ähm... An das Armageddon Blade ran wahrscheinlich. Aber das kann eigentlich nicht... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Designer das so ewig weit weg vom eigentlichen... Punkt anbringen würden. Das ist das... Aber wir haben uns in der letzten... Oder ich hab mich in der letzten Folge für euch... Dazu entschieden, dass wir erst im Schnell das Artefakt und die Kiste einsammeln, die wir da gesehen haben. Äh... Just because we can. Oh, hier ist noch eine Schatzkiste ganz oben auf dem Turm. Sogar auf dem Turm, wo wir gerade sind, ne? Ja, dann gehen wir nochmal zurück und gucken uns die auch nochmal an. Ah, ich ahne, wie ich da hätte hinkommen können. Wahrscheinlich komme ich von hier gar nicht ganz oben auf den Turm drauf, oder? Aber wir gucken mal. Einmal hier. Dann hier noch weiter nach oben. Ach, guck, das... Ah! Das war genau das, was ich vorhatte. Mhm. Äh, dann hier dran. Hip. Und... Hip. Und hier muss ich kurz runter. Das darf ich nicht mehr bedienen. Das ist natürlich sehr schön. Dann... Kommen wir von hier tatsächlich wohl nicht mehr da oben hoch. Hua! Dann nochmal mit dem Pony da hinten hin, wo ich ihn gerade war. Und von da nochmal versuchen, den... Den Turm von oben zu erklimmen. Wie komme ich hier wieder raus? Komme ich hier wieder raus? Okay, wahrscheinlich wirklich nur hier, ne? Und dann vielleicht auch noch ein bisschen weniger ungeschickt wie ich. Äh... Hua! So! Vielleicht können wir den auch von außen erklimmen. Mal gucken. Ne, von außen kommen wir nur rein. Wir sind jetzt schon eine Ebene höher, oder? Ich glaube schon. Aber von hier kommen wir auch nicht mehr nach oben. Können natürlich hier so hochklettern, aber das bringt uns jetzt auch nicht wirklich weiter. Denke ich. Wobei, kommen wir uns da irgendwo dran festhalten. Wir können wir durchspringen. Sehr schön. Cool, wir können durch Käfige hindurchfliegen. Wir sind Geister. Wir sind der Schatten. Wir sind die Nacht. Dann probieren wir das doch nochmal von... ...in dieser Location aus. Wo wir das letzte Mal schon waren. Haben wir den noch erklimmt? Ja, haben wir noch. Dann könnte das natürlich... ...dazu dienen, dass wir da hochkommen. Dann gibt's da oben vielleicht ja sogar eine sinnvolle Kiste und nicht eine, die wir einfach nur übersehen haben. Ja, Mensch. Zack. Zack. So. Ähm... Aber um da hochzukommen, müssen wir tatsächlich noch ein bisschen... ...ich versuche halt gerade die Kiste mal auswendig zu machen. Okay, ist auf der entgegenüberliegenden Seite. Das sind sogar zwei Ebenen drüber. Wo sollen denn hier noch zwei Ebenen drüber liegen? Ah, ich glaube, das würde schon passen, wenn wir da rüber kämen. Die Frage ist, kämen wir da rüber? Das ist die Ebene, auf der wir gerade rumgeklettert sind. Also die, die in der... Kann ich denn, hab ich jetzt hier einen Mauszeiger? Nein, hab ich natürlich nicht. Also diese Ebene, die wir jetzt sehen, das ist die Ebene, auf der ich gerade rumgeklettert bin. Und da oben, die Ebene, da müssen wir rauf. Ah! Aha! Aha! Oh ja. Gute Kiste. Jawohl, noch ein Abyssal-Armor-Piece. Wie viel haben wir jetzt? Neun, glaube ich, ne? Falsche Karte. Äh, falsches Menü. Äh. Jawohl, neun. Eins fehlt uns noch. Frage ist nur, welches. So, haben wir jetzt hier wirklich alles an Kisten erledigt? Auf der Ebene ja. Auf der Ebene ja. Hier ist nur noch das Armageddon-Piece, das weiß ich. Und auf der Ebene drunter müssen wir erstmal die Karte wiederfinden. Da unten haben wir auch alles. Okay. Dann können wir uns jetzt, fast völlig ohne Ablenkung, um das da hinten kümmern. Wir brauchen irgendwoher ein Bombengewächs. Die Frage ist, wo kriegen wir das her? Da ist ein Dreiter. Dreiter. Wo kriegen wir diese Bombendinger her? Oh, habt ihr das gesehen, wie ich auf dem Pferd gelandet bin? Alter, voll die Moves. Kann man hier irgendwo rein und sowas holen, vielleicht? Ne, hier sind einfach nur Sachen. Das ist ja jetzt spannend. Ich meine, die werden das doch nicht meilenweit von dem Ding entfernt platziert haben, oder? Das wäre ja aus verschiedenen Gründen extrem blöd. Wir reiten hier nochmal so ein bisschen rum und gucken. Wer zuerst eine Bombe sieht, der soll bitte laut schreien. Hier war die Kiste, die wir vorhin eingesammelt haben. Och ne, die Viecher sind schon wieder da. Auf dem Auto. Hatten wir da drinnen Bomben? Ne. Hm. Tja, liebes Spiel, jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Wo du mir hier so Bomben präsentieren würdest. Vielleicht in einem der Türme. Bestimmt in einem der Türme hatten wir Bomben. Daran erinnere ich mich dunkel. Ab, ob das aktive oder inaktive Bomben waren, das ist natürlich die andere Frage. Denn aktive Bomben nützen mir ja nun auch nicht viel. Gehen wir hier mal kurz auf die Map. Das ist auf jeden Fall ein Turm-Dings-Bums. Bums-Dings. Wo sind wir eigentlich gerade? In den Aschland. Okay. Bomben. Hier gibt es nur diese Typen mit den Kanonen gab es hier. Ne, hier geht es wieder raus. Das wollen wir nicht. Wir wollen nochmal zu den Türmen zurück. Bei irgendwelchen dieser Türmen gab es Bomben. Das weiß ich noch. Die Floor-Gees. Kommen wir einfach so zu den Türmen oder müssen wir dann theoretisch die ganze Strecke laufen? Hi. Da müssen wir da hin. Da können wir nur da rüberspringen. Das heißt, wir müssen hier den Anfang von finden. Da. Ach ja. Hui. Und hui. So. Ich habe abgekürzt. Habt ihr gesehen? Ente betrübt schon wieder. So ist sie. Die Ente. Einfach nur am rumcheaten. Anders kann er es nicht. Huah, huah. Huah, huah. Ein alter, eine alte, alte Binnenweisheit. Huah, huah. Steht nämlich für, huah, huah. So. Keine Bomben, keine Bomben, keine Bombenbohrer. Das Ding läuft auch noch. Ach, jetzt müssen wir hier wieder den, nein, falsches Menü. Habe ich das eigentlich irgendwann mal richtig gemacht mit den Menüs? Ich weiß es nicht. Da ist die Kameraführung echt ein bisschen blöde. Muss man mal so sagen. Ich meine, sie gibt sich Mühe, tatsächlich zumindest alles einzufangen, was man so sieht. Aber irgendwie ganz optimal macht sie es trotzdem nicht. Genauso wenig wie ich das Gefühl habe, dass ich das hier irgendwie optimal mache. Ich glaube, da müssen wir uns reinfallen lassen. Ich glaube, da sind die beiden Sachen, die wir noch suchen. Aber das hilft uns jetzt gerade nicht weiter, das Armageddon Blade zu finden. Dammit. Gucken wir erstmal hier nochmal rein. Ich war jetzt gerade im Überlegen, ob ich jetzt schon mal da unten reingehe. Ich meine, da habe ich nämlich beim Runterfallen aus einem dieser Türme habe ich ja mal was liegen lassen. Weil ich nicht rankam. Und das war unter anderem ein Artefakt. Das müsste dann entweder das letzte Soldaten-Artefakt oder das ganz große Artefakt sein, das uns noch fehlt. Aber hier ist einfach auch nirgendwo ein Bombengewächs. Wie soll ich denn da an ein Bombengewächs rankommen? Ich kann mich da rüberschwingen, aber da sehe ich auch... Da sehe ich ein Bombengewächs, aber ich weiß nicht, ob es an ist. Finden wir es raus. Und dann müssen wir echt mit dem Bombengewächs quer über die Karte da hinlaufen. Oh je. So, wir müssen eine Etage da drunter. Das hat geklappt. Das ist ein... Entzündetes Bombengewächs, oder? Da komme ich nicht rein. Ich muss doch da rein. Warte, wir finden das mal raus. Jep. Das heißt, das können wir nicht mitnehmen. Ja, super. Und dann? Liebes Schabül, wie soll ich dann da hinten... Und so? Ich wähle es nicht. Und wie komme ich jetzt wieder zurück? So. Okay, das geht. Na gut. Der Timer sagt, wir haben noch ein bisschen, dann gehen wir erstmal hier unten rein und gucken. So, seht ihr? Da ist nämlich dieses Artefakt. Oh, das sieht aus wie ein ganz großes. Wie komme ich da denn hin? Gucken. Da müssen wir hin. Das will ich haben. Wie kriege ich das? Vielleicht indem ich da von hinten irgendwie mit einer Portal Gun Nummer oder sowas das mache. Wieso komme ich hier nicht raus? Okay. An die Gegend erinnere ich mich. Nee. Hm. Und hier haben wir, glaube ich, auch noch eine Schatzkiste nicht gekriegt, ne? Ja, genau. Und das waren nämlich die beiden Sachen. Na, die erinnerte ich mich noch, dass wir hier unbedingt noch wieder hin müssen. Dann holen wir erstmal schnell die Schatzkiste. Denn die weiß ich noch. Denn die weiß ich noch, das war ganz einfach da... Nicht gesehen. Das war relativ simpel, meine ich. Da fehlte uns einfach nur der Enterhaken zu dem Zeitpunkt. Oder war es der Enterhaken oder die Portal Gun oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall fehlt uns da irgendein Item, das wir jetzt auf jeden Fall haben. Da oben sehen wir schon das. So ein blauer Ding. Das war ein Enterhaken, der uns da fehlte. Alles gut. Was gibt's denn da Geiles eigentlich? Mal schauen. Zack. Einmal rüber geschwungen. Okay, erstmal schnell die Gegner weggemacht. Das sind auch nervige Gegner. Sonst gibt's ein Problem. Kann ich nicht. Aua. Einmal den. Die beiden nerven nämlich sonst nur. Au. Das ist immer das Problem, wenn man seine Kombo ganz durchzieht, dann hat man ein Problem. Dann hat man nämlich einen Moment, in dem man wenig machen kann. Und das ist dann ziemlich ätzend. Jaja, ist ja gut jetzt kleiner. Lass mal gut sein. So. Aua. Äh, ja. Au, au, au. Und zack. Ich bin doch gespannt, was in dieser Kiste drin ist. Jetzt lass mich noch. Ist da das letzte Stück ein bisschen Armor drin? Das wär geil. Dann hätten wir die Rüstung fertig. Da hätt ich volle Bock drauf. Okay. Ja. 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 Okay. Okay. Das heißt jetzt, wenn wir das Ding benutzen, das wird so ein Upgrade, so ein Waffentuning-Ding sein. Dann erhöhen wir ganz besonders stark unsere Effektivität im Fernkampf. Ob das für den Bumerang oder nur die Pistole gilt, weiß ich nicht. Aber die Pistole hat's auch nötig. Denn die macht ja so wenig Damage. Äh. Was? Der kann sich das B wegschütteln? Das ist ja nicht. Ich dachte, ich könnte mich hinter der Kiste vernünftig verstecken. Danke. Erstmal das erste B. Hallo? Da stand doch gerade wieder B. Wie wäre das sofort wieder weg? Okay. Man kann die auch einfach so besiegen. Gut zu wissen. So. Dann können wir uns jetzt das Ding mal angucken. Äh. Falsches Menü. Da ist es. Ah. Da steht's bei. Erhöht den Schaden der Waffe. Kriegen wir Zorn, wenn wir Schaden haben. Wenn wir was töten, kriegen wir Chaos, wenn wir was töten. Macht dramatisch eine Erhöhung von Wurf- oder Schusswaffen. Und erhöht unsere Verteidigung gegen Schuss und Wurfwaffen. Ah. Steht das hier auch so genau drauf? Ah. Aha. Also erhöht massiv den Schaden der Waffe. Macht Waffenschaden dazu, dass er Leben zieht. Erhöht die Menge an Seelen, die wir kriegen. Und wir kriegen noch mehr Seelen, wenn wir es der Sense geben. Aha. Ähm. Aha. Okay. Ja, ja. Mhm. Okay. Äh. Jetzt weiß ich natürlich überhaupt nicht, was ich nehmen will. Ähm. Was macht er das hier nochmal? Äh. Okay. Damit erhöhen wir quasi passiv unseren Zorn-Generation. Ich bin aber überlegen, ob wir mal eben das so machen. Dann haben wir ja immer noch, ja, das Ding aktiv, okay. Und können jetzt ein bisschen Leben wieder herstellen mit dem Zorn-Todes-Dings und kriegen mehr Seelen und so. Äh. Gut, dass ich das, äh, dass ich das noch bedacht habe. Hust. Okay, liebe Leute. Ich würde sagen, wir haben jetzt noch mehr Geil... Oh, ich kann erst mal zeigen, wie es aussieht. Das mache ich nur schnell. Wenn ich das jetzt auf der Hauptwaffe ausrüsten würde. So. Dann hätten wir... Oh, das sieht natürlich richtig geil aus. Also von den Style-Punkten her, eines der beiden coolsten Upgrades, muss man sagen. Ach, ich höre gerade schon wieder so weiter. Also sieht wirklich geil aus. Zusammen mit... Dem hier finde ich das geilste Upgrade, dass man auf die Waffe vom Aussehen her draufpacken kann. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich trotzdem hier den Dings wieder haben. Der sieht natürlich auch ganz schick aus, wie ich finde. Aber die anderen beiden sind noch ein Tick cooler. Okay, äh, ich würde sagen, liebe Leute, für diese Folge, wir haben uns ein Legendary Artifact Dingsbums geholt. Damit können wir, glaube ich, ganz gut leben. Wir haben ein paar Sachen noch eingesammelt. Wir sind immer noch nicht weiter, was das Einsammeln der... Äh, des Armageddon Blades da angeht. Und wir sind auch noch nicht so richtig weiter, was diese Seele hier, äh, dieses Artefakt hier angeht. Aber da werde ich mir noch was einfallen lassen. Und dann würde ich sagen, äh, da kümmern wir uns dann einfach in der nächsten Folge drum. Bis dahin, liebe Leute, bin ich, die Zementente. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt und wünsche euch schon mal alles, alles Gute und sage ciao, ciao.